wie kommt man denn da hoch? eher links weil da war irgendwas, was man oben nehmen konnte ja, nimm da ruhig äh... Bogen? Nee Kreuz liegt da leicht... na, ist ne scheiße, ok was geht denn da wieder in dem Chat ab? hm? achso also jetzt hier vom Spiel das lese ich gar nicht manchmal wandert mein Blick leider dahin oh haha, uuuu ich schieße doch nicht mehr selber hehehehe eine Million Dinge, die da aufstehen haha, ich schieße doch mal eine Million Dinge, die da aufstehen ich glaube, dieses Geschütz könnte uns später eigentlich schon ein Vorteil werden, ne? ich denke auch, ja ach, hier ist er wieder, da kommen wir wieder in die Traumwelt rein hm, ok, ne? da war vorhin noch ein anderes Portal ja also ich hab eins gesehen, da bin ich darauf zugelaufen da war auch irgendwie was ja, da war ich schon vorher schneller dran da hab ich schon aktiviert ok, da müssen wir irgendwo weiter ich bin rein ja, so, jetzt müssen wir das anklicken und jetzt müssen wir los aus der Karte wird es vielleicht nicht so was angezeigt so, es geht mehr lauere Erfahrung so, lass mal ein bisschen laufen oder? ah, hier ist was? ich versuche gerade Sachen einzusammeln aber ich hab keinen Platz mehr ich ärger mich gerade so Scheiße, ich kann sie nicht anklicken sind zu späkel komm, wir haben Kursen raus fuck ah, die ganzen Gegenstände kommen hier raus ah, das ist cool aber eine Gegenstände, die ich gefunden habe der Kurzpunkt war es nicht meinst du gelbe Panzerweste? ja ja, wenn du die genommen hast, ist nicht schlimm ne, ne ich hab irgendwas anderes rein angesammelt 27 Christum behalte aber die gelben Gegenstände da kann man später damit irgendwann machen äh ja, ich guck mal was hier nochmal ist und wie komplizierend ist hier ist halt so ein Bogen ich weiß nicht ob der was ist oh nein verrostete Klinge die Teil nehmen mir immer so viel weg äh, Platz weg äh, nimm mal hier guck mal hier das amulett habe ich jetzt mal dahin geschmissen korallen amulett ist gut ich habe auch noch eins gefunden mit 2,7 leben du hast 3,9 hast mir gegeben ich habe eins gefunden mit 2,7 da gibt mir das 2,7 dann bin ich nicht ganz sicher dass mich drei dinge ok danke dir ich habe es eben gekauft und dann habe ich mich doch für das mannertal entschieden gehen wir weiter wacht mal oben rechts steht gebiete erhalten erinnerungsfragmente siehst du das auch wenn du in den inventar reinklickst inventar noch mal was gebiete ja ein inventar und dann links nehmen dann noch eine waffe ach so ja das hast du aber auch so da rum stehen erinnerungsfragment hörtet das jetzt? na gut wir sind ja überall rum gegangen hier sind wir jetzt schon ich muss wirklich nichts machen ich bin so faul jetzt müsste das ja hier noch offen sein ja komm mal rein ha jo klopf klopf und wir gehen auf jeden fall hier hin hier ist ein legportal krass wo bist denn du? hier ich bin bist du hier reingelassen? ah ja da bist du da gibt es ja auch was mit licht da geh mal hier drauf auf der blaue das müssen wir aktivieren dann können wir eigentlich auch zurück in dings gehen äh ja lass mal machen ich ging die ganze zeit auf dich du gehst immer zu den da oben verkaufen ne? da möchtest du preise? weiß ich gar nicht ich hab noch so ein kleines mana fläschchen ich weiß nicht ich hab das gefühl das wird irgendwie wichtig ja ich bald ja auf jeden fall erstmal aber wie viel rüstung hattest du bei dir? äh 29 ok ich hab ein 27er rüstung würdest du die nicht brauchen ja weil der nicht kann ich's kaufen? ja verkaufen von ist ihm so oh aufwertungssphäre verzaubert einen magischen gegenstand mit einem neuen zufälligen modifikator ich behalte das auch mal das klingt voll wichtig aber wenn du so eine geile rüstung findest das hat vielleicht besser so in keine ahnung 40 leveln verändert die farben der fassung eines gegenstandes behalte ich mir auch mal so oh ich bin fällig ja egal ich kaufe jetzt auch nix oder sonst was ich bin eh notorisch pleite und das fangen wir hier zum Wegpunkt ja ich steh davor äh so die unterwasserpasse war ja genau haha ich bin da bumm Gegner man sieht ja echt schlecht ne ja das ist bestimmt gewalt was was glaube da liegt irgendwas wenn es leuchtet ach da ist er wieder na warte bevor wir reingehen lassen wir erstmal hier checken was hier noch so rumliegt Oh ein Stein Gegner was auch immer passiert ist gerade ja was auch immer passiert ist gerade Auf irgendetwas schießt er, aber, oh, hallo, 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 die war, nein, das war mein Bogen Teil, Ihr haltet ja nix aus Aber das ist das, was Spaß macht Modifizierter Rundschild Also ich würde sagen, manchmal von den weißen Gegenständen sind auch ein paar dabei, die gar nicht so schlecht sind Kann sein, ja, aber so sehr interessieren sie mich eigentlich nicht mehr Ich habe nämlich gerade aufgehoben, ein Schleifstein verbessert die Qualität einer Waffe Das ist cool Weiß Sollte man nicht unterschätzen So, jetzt kann man eigentlich rein in die Dinge, ne? So, Moment Wieso ist denn das so gelb wie auf der Karte? Weiß ich auch nicht, ist so ein Portal, hier war ich noch nicht Ich würde auch nicht Ich würde auch nicht Und das sollte man später machen Ja, rein, oder? Veronimo Warte Guck mal, repariert die Stabilisatoren Zwei Stück Stehen von mir noch Achso, da unten Ja, da müssen wir uns wirklich beeilen, weil irgendwann war nämlich der Stabilisator im, ähm, im schwarzen Ding drin Da konnte ich nicht mehr draufklicken Also wir teilen uns auf Ja, okay, ich weiß ja gar nicht, ob ich hier laufen muss Keine Ahnung, ich auch nicht Okay, dann, äh, machen wir das so Glaubst du, äh Woh Jetzt sind die Erinnerungen von Slack Bleiben sie stehen Ah, ich hab was Äh, ja, ich, äh Ganz rechts Hab ich angeklickt Du musst wahrscheinlich ganz an links laufen Alter, hier ist was los Kannst du ja einfach weiterlaufen Ich hab bisher noch gar keinen angewiesen Ah, scheiße, ja Bei mir fängt hier die Erinnerung wieder an Ich bin tot Also bei mir sind eine Milliarde Millionen Leute Was? Um das, äh, nett auszudrücken Ja, das war, äh, viel zu viel Okay, ja, einen hab ich getroffen Also müssen wir dann schnell sein Also ich hab bestimmt 60, 70 Die Idee war eigentlich nicht schlecht Äh, ja Wie? Weiß immer nix Ich hab bei mir eh wieder voll Ach, guck mal der Typ, den kann man wieder ansprechen Ich glaub ganz ehrlich Wenn man aus dem Level hier raus geht und wieder rein geht Ist der wieder da Was sonst mal was von mir Ja, kann sein Ähm Weil hier oben ist nämlich direkt hier, äh Das Portal Lass mal mal da hinlaufen Ne, da war ja was anderes, wenn er wieder verschwunden ist Wo irgendwie das dann dann sagt Aber wir sind wieder auf einem anderen Server oder so gekommen Lass mal runter gehen hier hinten Da war ja ne Tür Oder so ein Tor Vielleicht kommt er da einfach wieder Ja Ich würd grad sagen, bist du auch zu blöd dafür Weil ich auch nicht Ja Dankeschön Ich mag mein Geschäft voll Aber das kann man leider nicht leveln Das levelt nicht selber Ich versuch das mal Vielleicht kann man das leveln Ich brauche das einfach immer wieder auf Ah, das ist bekloppt Ah ne, hier vorne sind wirklich welche Oh nein, ich bin festgepackt, oder? Echt? Ich kann mich nicht besägen Ach, was gibt's für Hilfe? Ich hab ein Hilfsgericht Hä? Rügt dich Was sind denn jetzt mit dem Blick? Hä, jetzt läuft der Automatisch oder was? Hä? 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 Oder so? Willkommen dann zu euch dahin. Oha. Ah, hier ist nur Scheiße. Boah, was haben denn die Elektrostorben oder was? Na, die sind dann krass in ein schämener Auge oder so, ne? Ja, ja, ja. Oh, das ist so müßig. Hast du das gesehen in der Mitte hier mit dem Wasser? Das ist wie so ein... Krass, dann finde ich. Okay. Ja, du bist schon weiter als ich. Ich bin immer noch hier hinten. Ja, du wirst ja irgendwo anders lang gegangen. Ne, ich bin nur ein Stück zurückgelaufen. Ah, hier bist du. Da, doch siehst du wohl. Hier, guck mal links. Das ist Wasser. Achso, da oben. Ah, ja. Ja. Das Maul. Das ist so geil. Ich brauche gar nichts mehr machen. Das geht leider noch weiter weg. Aber ich guck mal gerade, ob ich das irgendwie aufleveln kann. Ist das so ein Totem oder sowas? Das ist so ein... Ähm... Ähm... Äh... Weiß ich nicht. Wie sieht ein Totem aus? Ja, also das, was du in die Ausfluss reinpackst, du meinst. Äh... Ja. Ja. Ja, ich meine die leveln irgendwann. Dann hast du rechts wieder diese Plus, die du drücken kannst. Ja, doch. Stimmt. Ja. Ähm... Ich hätte... Keine Ahnung. Jetzt gleich auch mal Feierabend machen. Ja, ich hatte echt überlegt, wenn ich jetzt mein Zeugnis bekomme von meinem Arbeitgeber, dass ich mich den Rest krankschreiben lasse. Ja. Ja, aber was soll ich da? Ohne Scheiß. Ja, ist schon richtig. Äh... Mein, ähm... Bogen findet immer... irgendwo noch ein Ziel. Das sieht aus wie ein Endregner. Oh ja. Äh, der macht ja überhaupt keinen Trug. Ist ja geil. What the crap? Aha. Läuft er weg, ja? Verjüngungskur, hä? War gar nicht gern. Wow. So, ich geb dir gleich der Blaue ab. Keiner killt mich. Okay. Also... Aber das ist ein Zauber-Scharmen. Nach 29 Intelligenz habe ich ja eh nicht. Das Intelligenz ist dieses Grüne, ne? Glaube, ja. Ich habe ein großes Mana-Fläschchen gefunden. Ach, wir kriegen wieder eine Belohnung. Wo soll ich das? Das ist doch geil für dich. Woher weißt du, dass wir eine Belohnung kriegen? Zu downen war ein I. Ach so. Von wem kriegen wir die Belohnung? Ah, von dem, wo ich immer hingehe, um zu verkaufen. Aber deswegen verkaufst du da immer. Quatsch. Oh, geht noch weiter runter, oder? Ich weiß nicht, ob hier einer ist. Ne, ne. Sieht gut aus. Sag, Gaster. Das ist verarscht. Aber willst du zurück, oder? Ach, ne, da oben habe ich ja noch nicht. Okay. Ah, da scheint einer zu sein. Du hast auch so eine kranke Attacke, ne? Irgendwie mit so Dornen. Ja, die ist ganz cool eigentlich. Wäre der Möglichkeit, man kann die. Verbessert einen normalen Gegendstand zu einer zufälligen Seltenheit. Das ist doch für war interessant. Da geht es nicht weiter überwischen. Wird es ja echt interessant, ne? So, jetzt habe ich eigentlich nur den besten hier. Also die linke Seite noch nicht erkundet. Sag ich hier alles. Na, ich habe eigentlich alles. Ganz oben, ja, links wie auch noch nicht. Ich glaube auch nicht mehr, dass es irgendwie was großartiges ist. Ach so, hier war es schon. Weil Tote und offene Truhen. Ich weiß noch nicht. Ach, hallo. Hier vorne ist halt dieser eine Aufgangloch, ne? Hat man Romals erkundet? Äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, oder? Oh, nein. Schaut nach die Karte. Gucken, gucken, gucken. Ähm, im Osten noch nicht. Rechts ist ein bisschen was. Ne, also da waren wir auf jeden Fall auch überall. Aber können wir eigentlich rausgehen. Ja, hier ist... Ja, da ist noch ein bisschen was. Ich gucke mir vorne, aber gar nicht. Ein bisschen eh lang. Ach, hier ist wieder der, äh... Oh, hello. Aber es gibt diesmal kein Portal. Weiter. Ja. Ja. Ja, hier ist nichts. Nope. Schade, schade. Oh, weee. Ja, dann, äh... Ah, hier, bei mir geht es weiter. Hier sind ein paar Brücken. Wir schauen auch Kreaturen zu sein. Da warte ich mal. Komm zu mir. Ich komme mal zurück. Oh, jetzt habe ich was getrunken. Ja, das weiß ich. Ja, guck mal hier. Ja, sind wir da richtig. Schnauzer. Ähm... Obwohl ich gesagt habe, diese kummigen gelben Dinger, die da unten immer sind, das sind Erhöhungen. Sieht hier kurz aus. Ach ja, da kann es besser. Ach, 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 ach. Ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. auch gut wusste da noch einer was war ganz sicher nicht auf dem Klick aus Leichen entstehen dann wieder welche Gürtel gefunden ja was machst du denn da? Deine Tue der Kack mir auf den Kopf ich würde mal gern wissen ob ich durch das Schießen mit dem Teil hier auch mein Leben wieder kriege ja krass kriege ich bau hat es ja gelohnt 3 ok hier ist eine Tür felsversprung jetzt wahrscheinlich wieder raus ja Klop dann habe ich alles gesehen ja ja apropos gesehen ich glaube ich mache jetzt auch Feierabend ja weil wenn wir jetzt weitermachen dann ja lassen wir noch verkaufen und dann Feierabend würde ich sagen ja das verkaufen kann ich dann man startet ja wahrscheinlich eh wieder da ja ja gut Wurstnektar hat die Gruppe verlassen Wurstnektar ja dann mache ich ganz kurz hier einmal aber die abspann oder oder ja pass auf ich würde mich dann glaube ich sowieso generell verabschieden ja dann hör mal den Boden voneinander ich denke doch alles klar und für den Rest vielen Dank fürs Einschalten und dann ja bis morgen und ja wie sag ich immer bis dahin tschüss tschüss und auf Wiedersehen Tschö! Take care! Und tschö! Adios! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.